Im Zentrum unserer heutigen Sendung, meine sehr verehrten Damen und Herren, steht ein Streit. Ein gigantischer Streit, wenn Sie so wollen, für den abendländischen Kulturkreis, die Mutter aller Streitigkeiten. Es geht um den Beginn der europäischen Literaturgeschichte. Und es geht um ein Epos von Verrat und Liebe, es geht um Rache und göttliches Schicksal, es geht um Lust, um List, auch um Lust und es geht um Kurzemomentes des Glücks. Die Rede ist von jeden beiden monumentalen Fundamenten unserer Erzählkunst, der Ilias und der Odyssee. Der beiden Vers ebten des Homer aus dem, sagen wir vorsichtig, 8. Jahrhundert, vor unserer Zeitrechnung selbstverständlich. Ich spreche diese Jahreszahl mit einer gewissen Zurückhaltung aus, weil wir es eher mit einer Entstehungsgeschichte als mit einem Entstehungsdatum zu tun haben. Diese Geschichte des Kampfes um Troja und der Heimkehr des Odysseus greift nämlich auf eine Reihe von Stoffen zurück, die alle am Mittelmeer und auf dem Balkan kursierten, gesungene Helden sagen, wenn Sie so wollen, die der Dichter Homer aufgriff, bearbeitete und wie unter Gelehrten jetzt wohl unumstritten ist, in schriftlicher Form festhielt. Wir haben es somit mit dem ältesten europäischen Werk der Literatur zu tun, bewegen uns also an der Schwelle, als aus mehreren mündlichen Fassungen eine einheitliche schriftliche Form wurde. Das war nichts weniger als der Anfang der Weltliteratur, die Geburtsstunde der Literatur. Hier vollzog sich etwas, was wir auch aus anderen Kulturen kennen und was uns noch beschäftigen wird. Ein Vorfall, ein gutes, ein böses, ein rätselhaftes Ereignis wird besungen, wird durch diesen Gesang im Gedächtnis bewahrt, und zwar im Gedächtnis des Sängers, wie dem seiner Zuhörer, dann ausgeschmückt, mit anderen Wendungen versehen, Teile werden wieder gestrichen. Es wird mal schlichter, mal mehr dem Traum verpflichtet, mal einer unvergessenen Erfahrung und schließlich in eine unverwechselbare, eben die schriftliche Form gegeben. Wer war nun dieser Homer? Wo wurde er geboren? Wo wirkte er? Damit sind wir beim nächsten Streitfall oder sagen wir es höflicher, beim nächsten Rätsel angekommen. Viele Jahrzehnte lang ist nämlich unter den beteiligten Wissenschaftlern, unter Altphilologen, Gräzisten, Literaturhistorikern, kundigen Schriftstellern darüber gestritten worden, ob dieser Homer ursprünglich vielleicht gar nicht Homer hieß, sondern vielleicht Melesigenes. Das Melesigenes käme daher, dass er am Ufer des Flusses Meles geboren worden sei oder wäre. Der Meles liegt irgendwo in der Gegend von Smyrna, also am Ostufer des Schwarzen Meeres. Das kann sein, muss aber nicht sein. Es kann eben auch sein, dass der Geburtsort irgendwo in der Nähe von Kilikien, also in Kilikien, Quatsch, in Kilikien gelegen hat, das wäre jetzt hunderte Kilometer weiter südlich. Oder, oder, oder. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, denn sehr früh wurde Homer in Griechenland sehr, sehr populär. Nahezu jede griechische Stadt, die stolz auf ihre kulturelle Tradition war, beanspruchte irgendwann einmal den Titel Geburtsstadt des Homers. Und da es sich bei dem Mann wohl um einen fahrenden Sänger auch gehandelt hat, kann man auch nicht ganz zu Unrecht sagen, wen man ausschließt. Kann man nicht sagen, wen man ausschließen sollte und welche Stadt nicht von Homer je in ihrer Existenz berührt worden war. Zu den Mythen des Homers gehört auch, dass der Dichter von einem unbekannten Vater gezeugt worden sei, vielleicht von einem göttlichen Wesen. Unbekannte Väter, das kann ja sein, göttliches Wesen, da müssen wir Sterblichen uns heraushalten. Der andere Teil des Mythos sagt, dass er blind auf diese Welt gekommen sei. Auch hier fehlt uns die Evidenz, um irgendeinen Widerspruch zuzulassen oder auch auszuschließen. Es ist nur umso verwunderlicher, wie jemand, der blind war, all diese Farben beschreiben kann, all diese wunderbaren geografischen Sonderfälle, die Schönheit der Landschaften, die Schiffskörper und was er immer dazu und natürlich die Einzelheiten der Schlacht. Dennoch, er kann es gehört haben, umgesetzt haben und es aus der Fantasie geschaffen haben. Verbürgt ist allenfalls, dass Homer, und das wissen wir so ein wenig daher, wie er seine Eben aufgebaut hat, selbst ein Mitglied des Adels gewesen sein muss. Das heißt, er kannte sich aus in höfischen Verhältnissen. Und hinzu kommt noch, dass man aus der Geografie, die er am besten beschreibt, wohl davon ausgehen muss, dass er im ionischen Teil des von Kleinasien gewirkt, gesungen und gedichtet hat. Das also schließt sich aus seinen dramatischen Schauplätzen und selbstverständlich ist dies eine Zeit, in der der Adel, seine erste griechische Adel, so langsam die acharische Form abstreift, in dem der Adel ein klein wenig verbürgerlicht, demokratisiert wird und in dem der Adel sich einem besonderen Vergnügen hingibt, das ist eben der Gesang, das sind die Eben, die Kunst, die Dichtkunst. Das sind, wie gesagt, befähigen wir uns hier so um dem, allerspätestens im 6. Jahrhundert. Und hier sind die Eben bekannt des Homers, sie sind, wenn ich das mal so sagen darf, bei den Griechen, den gebildeten Griechen zumindest, in aller Munde. Und das ist nun die höchste Zeit, einmal einen kleinen Blick auf diese zwei bedeutenden Eben zu werfen, auf die Ilias und auf die Odyssee. Und wir sind autoritär genug, meine Damen und Herren, zu sagen, es war Homer, der sie geschrieben hat, es war niemand anderes. Und damit ist es höchste Zeit, dass wir uns einem der Eben zuwenden. Wir gehen zu Ilias. Der Titel Ilias steht für die Eroberung von Troja durch die Griechen, die Rache für die Entführung der schönen Helena. Das könnte eine militärhistorische Erzählung mäßigen Reizes sein, wie sie damals häufiger von Männern für Männer vorgetragen wurde, Prahlereien auf dem Schlachtfeld. Die Ilias gewinnt aber ihren literarischen, ihren dramatischen Reiz aus einem raffinierten Wechselspiel von Bezwingen und Bezwungen werden. Und durch zwei hervorstechende Figuren, nämlich einmal durch Achill, den mächtigen Achill, den Held auf Erden, und durch Zeus, den Herrscher des Himmels. Nur zur Erinnerung, besungen, beschrieben wird die Eroberung von Troja durch die Griechen, eben der Rachezug für das Schicksal der Helena. Die Griechen werden angeführt von Agamemnon. Aber dieser Agamemnon hat seinen wichtigsten Krieger, Achill, beleidigt. Es ging um eine Weibergeschichte, keine sehr erfreuliche Geschichte. Jedenfalls ist Achill beleidigt und will jetzt am Kampf nicht mehr teilnehmen. Er klagt sein Leid auf seiner Mutter, der göttlichen Mutter, das ist Thetis, und die bestürmt Zeus, dass dieser so in das Schlachtgeschehen eingreift, dass der den Griechen die Unentbehrlichkeit des Achill schmerzhaft klar macht. Also, Voraussetzung ist, die Götter greifen ein, die Greifen sind parteiisch. Mal greifen sie für die Trojaner ein, mal greifen sie für die Griechen ein. Aber das Wesentliche ist, hier sollen die Griechen nicht dadurch geschwächt werden, dass man den Trojanern etwas Böses tut. Das soll Zeus nicht machen, sondern Zeus soll die Griechen sozusagen so schwächen, soll den Agamemnon so schwächen, dass er sich der großen Bedeutung von Achill wieder besinnt und ihn kniefällig bittet, doch endlich in den Kampf einzugreifen. Achill will das aber nicht, schickt seinen Freund mit seiner eigenen Rüstung. Dieser Freund trifft auf Hector, also Hector, den Sohn des Priamos, den Sohn des Königs von Troja. Es kommt zu einem Zweikampf, Hector erschlägt den Freund. Und das ist nun der Moment, wo Achill eingreift und Achill seinerseits den Kampf sucht und seinerseits dann eben Hector erschlägt. Entscheidend ist nun, was in diesem letzten, in diesem fünften Teil des Epos stattfindet, denn hier geht es nicht einfach nur um das Fortführen einer Schlacht, um Siegen, um Sterben, um Schmerz. Selbstverständlich, wir erkennen, Troja wird untergehen. Aber es kündigt sich noch etwas anderes an. Es kündigt sich daran an, dass über die Leichen, über die Toten verhandelt, geklagt wird. Es kündigt sich an, dass es zum Verzeihen gekommen ist oder kommen werden kann. Und das ist für die griechische Kultur etwas ganz Wesentliches, der Respekt vor dem Opfer. Naturgemäß triumphieren die Griechen. Alles andere hätte Zeus auch nicht zugelassen. Doch ihr bitterer Triumph gibt auch noch der Niederlage Trojas eine gewisse Würde. Die Odyssee, die das zweite und vermutlich nur unwesend jüngere Epos erzählt von der Heimkehr des Odysseus, König von Ithakan. Odysseus, das erinnern Sie sich noch, war der listenreiche Kämpfer, der mit dem Schiff, wenn Sie so wollen. Er war am Sieg der Griechen natürlich wesentlich beteiligt, aber das machte ihn nicht direkt zum Liebling der Götter. Denn, wir haben ja vorhin schon darüber gesprochen, die Götter waren parteiisch und die Götter ließen sich auch kränken. Und Odysseus hatte so etwas gemacht. Er hatte sich den Zorn des Gottes der Meere, den Zorn von Poseidon, zugezogen. Und das ließ ihn, also den Odysseus, zehn Jahre lang kein Glück mehr mit allen nautischen Belangen haben. Es ging am Anfang los, da wurde eine Flotte auseinandergerissen. Odysseus rettete sich dann auf ein Floß. Das Floß ging zu Bruch und was der Kalamitäten damals noch mehr waren, in der Ägäis. Das war schon allein das, was auf dem Wasser passierte. Auf den Inseln ging es ihm nicht sehr viel besser. Es drohten Zyklopen, böse Zyklopen und natürlich verführerische Nymphen, um nur zwei der bekanntesten Schrecknisse oder Versuchungen in ihr Gedächtnis zurückzurufen. Überleben kann der Odysseus schließlich nur durch die Kunst des Erzählens. Und das ist eine ganz witzige Pointe bei Odysseus. Odysseus erzählt einem königlichen Gastgeber, bei dem er Schutz gefunden hat von seinem Leben. Und der ist so bewegt, dass er unseren Helden mit der notwendigen Ausrüstung ausstattet, damit dieser heimfahren kann. Hatten die Götter auch hier ihre Hand im Spiel? Na klar. Die Anregung kam nämlich von allerhöchster Stelle, von Pallas Athene. Pallas Athene hat erst diese böse Nymphe Kalypso entfernt, sagen wir es so. Dann hat sie Poseidon besänftigt. Und schließlich in einer anderen Entscheidung direkt ins Geschehen eingegriffen. Sie bringt den Sohn des Odysseus, den Telemachter zu, nach dem Vater zu suchen. Das macht der auch. Und auf diese Weise kann Telemacht noch mal Teile der Geschichte des Odysseus nacherzählen. In Ithaka wartet nun die Gattin des Odysseus, die Penelope, seit zehn Jahren auf die Heimkehr ihres Mannes. Der königliche Palast ist besetzt, wenn Sie so wollen, mit von Freiern 88 an der Zahl, die es alle darauf abgesehen haben, ins Bett der Penelope zu kommen und sich der Schätze des Odysseus bemächtigen zu können. Denn dass der Verschollene zurückkommt, daran glaubt ja niemand mehr. Penelope ist in äußerster Not. Und hier nun landet Odysseus, erkannt von niemandem, begibt sich an den Hof und tötet als Schweinehirt verkleidet, tötet auf diesem Hof alle 88 Freiern. Danach, und das ist ein weiterer geschickter Schachzug, bringt er es sogar so weit, dass Penelope diesmal nicht glaubt, der Neuankömmling sei ein weiterer Spuk der Götter oder ein Schabernag, sondern das ist nun tatsächlich ihr Mann. Sonst hat nur ein Hund den Odysseus erkannt. Wir müssen daraus schließen und dürfen daraus schließen, dass Homer eine gute Beziehung zu Hunden gehabt hat. Es ist ein glückliches Ende, die bösen Gäste müssen in den Hades und da selbst Zeus die Zustimmung zu diesem blutigen Ende gegeben hat, bleibt es bei einem guten Ende. Es gibt, meine Damen und Herren, einen lateinischen Ausspruch, der sinngemäß sagt, nach Homer kann man die Literatur vergessen, das sollte ein Lob für Homer sein. Natürlich ist das unsinnig, die ganze europäische Literatur lebt nach Homer, mit Homer, von Homer. Wir können darüber nur homerisches Gelächter anstimmen. Homerisches Gelächter, meine Damen und Herren, das ist kein Ausdruck einer Spaßgesellschaft, sondern so lachten die Götter. Und sie lachten aber nicht nur über Komisches, sie lachten auch über Unglück. Und sie lachten über Glück und bewegten dadurch sich und ihre Mitgötter, wie es die Literatur tut. Musik 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 Musik